Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Emma Maus Tasche Rubloch und Co. Heute spielen wir mal Tower of Hell. Ich habe ja schon Tower of Hell Easy gespielt und ja, das ist die schwierigere Version sozusagen. Und jetzt ist auch so ein Jump'n'Run und genau, da stirbt man halt leider sofort, also nicht so wie beim anderen. Und ja, ich spiele es gerade mit Controller, weil mir das mit Controller mehr Spaß macht. Genau. So, hier müssen wir jetzt, wir sollten das Lava nicht berühren, also dieses Ding hier. Okay, dann haben wir das schon mal geschafft. Oh mein Gott. Genau, es gibt hier eben auch verschiedene Farben. Oh Gott, das war knapp. Das ist ja eine coole State. Okay, hier sind immer solche Lava-Blöcke, die man nicht berühren darf. Und ich würde diesen Tower jetzt gerne mal schaffen. Uh, okay. Nein, okay, wir sind wieder runtergefallen, dann sehen wir uns gleich da oben wieder. Also, ciao. okay wir sind jetzt wieder hier und ja ich habe das jetzt auch eigentlich schon geschafft online jetzt bin ich wieder runter gefallen und ja dann sehen wir uns gleich da oben wieder so Okay, Leute, ich glaube, wir warten jetzt mal auf den nächsten Tower, weil ich gerade nicht mal oben hinkomme. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der nächste Tower da ist. Okay, jetzt ist der nächste Tower da. Okay, der sieht etwas schwierig aus, aber naja, wir probieren den jetzt mal. Okay, das erste, da müssen wir hier nur rüberlaufen, das ist ziemlich leicht. Okay, wir probieren es jetzt nochmal. Oh, das war knapp. Okay, das sind hier solche Rädchen. Ich würde jetzt diesen Tower wenigstens gerne schaffen. Okay, okay, okay. Vielleicht kriegen wir das hier sogar hin. Jetzt kommt hier das nächste. Hier dürfen wir natürlich die Dinger hier nicht berühren. Nein, nein, oh nein. Oh Mist, okay, jetzt bin ich hier nochmal ganz unten. Okay, dann sehen wir uns gleich da oben wieder. Okay, Leute, wir sind jetzt ungefähr wieder da, wo ich vorhin runtergefallen bin. Und ja, jetzt sehen wir uns gleich wieder da oben. Ach ja, ich wollte nochmal kurz was sagen. Und zwar bin ich nicht die Beste in solchen Tower, wie ihr seht. Also bitte schreibt nicht in die Kommentare, dass ich total schlecht wäre. Ich weiß, dass ich nicht wirklich gut bin. Aber ja. Okay, wir sind jetzt wieder ungefähr da. Und ja, ich würde es jetzt wirklich gerne schaffen. Okay, nein, okay, Leute, ich bin wieder ganz runtergefallen. Ja, dann sehen wir uns da oben wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, wir sind jetzt wieder hier. Und ja, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Also Towerfall liegt mir wirklich nicht so, aber mir macht es halt echt Spaß. Ja, ich würde sagen, wir probieren es jetzt nochmal. Und wenn wir nicht gleich nach vorne runterfallen, warten wir auf den nächsten Tower. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder hier. Jetzt will ich das wirklich schaffen. Oh, okay, ich bin schon wieder runtergefallen. Und ja, jetzt warten wir mal auf den nächsten Tower. Okay, der nächste Tower ist jetzt da und ich würde sagen, das ist auch der letzte Tower. Und ja, ich bin halt wirklich nicht so gut, aber naja, das wird bestimmt noch. Okay, der sieht ziemlich schwer aus, aber naja, mal schauen. Die erste State geht an sich noch. Oh, okay, ja, das ging. Dann sind wir jetzt schon hier bei Lila. Oh, okay, da sind jetzt solche dünnen Dinger. Ich mag die ja gar nicht. Okay, jetzt geht es hier hoch. Und noch weiter. Oh nein, okay, mir ist es schon wieder runtergefallen. Naja, dann sehen wir uns gleich da oben wieder. Bis zum nächsten Mal. Leute, ich komme da oben irgendwie nicht mehr ran an diese Stange. Oh je, ist ja echt jetzt wirklich ein super Tag heute, weil ich es einfach nicht schaffe. nachhaltig, wenn ich nicht mehr schaffe, würde ich Sie Party genug machen möchte. Ja, immer gut, wenn ich nicht alles packe so gar nicht mehr, aber kann ich uns mal nach frighten. Und heute sehen wir uns noch eine Ankara-Anseher. Okay, Leute, ich bin jetzt hier sogar schon bei Türkis und hoffe, dass ich nicht gleich runterfalle. Okay. Okay. Ich muss hier aufpassen, dass ich das hier nicht berühre. Jetzt muss ich hier hochklettern. Oh Gott. Zum Glück habe ich das noch rechtzeitig gesehen. Sonst wäre ich jetzt gestorben. Nein. Nein. Oh nein, Leute. Ich bin jetzt gerade gestorben. Okay. Ich hoffe, wir schaffen es nochmal bis dahin. Aber ja. Wenn ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020